Musik Was muss ich denn da hin? Ah, da oben ist das Oh, der Tod steht dir gut, Gasmasken Mann Uh, schakalaka Oh, das schaut gut aus Ein Auge in einer Flasche und ein Geist Und ein Korb Okay Alles klar Warte mal, ist hier sonst noch irgendwas? Weil da ein Schraubenschlüssel drauf ist? Da ist noch was Ach du Kacke Boah, geil Und das sind jetzt Komponenten Da sind Komponenten Da ist noch irgendwas Kohlefaser Und Kohlefaser, stimmt's? Ja, sehr gut Teillicher Kontrollpunkt in der Nähe Der war schon die ganze Zeit da Richard fordert Verstärkung an Soll er durch weiter fordern Warte, warte, warte Warte, warte Ah, da haben sie es versteckt Die kleinen Schweine Hallo Hündchen, ne Ich weiß nicht mehr was geht Du musst halt echt aufpassen mit der Scheiße, ne Puh Übernahme eingeleitet Ja, das heißt, wir müssen es jetzt machen Das Spiel hat es entschieden Hätte ich mir so aufsparen können Komm jetzt das scheiß Auto Oh, das war der Hund Warte mal, ich geh glaub ich eher da rüber Habt ihr den da? Oben war noch einer, ne Alliierte rufen Was trifft einen? Überhaupt nix trifft einen Warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte Oh, Glück hat Ich bin ja gealterter Fall erkannt Wo ist'n der? Oben Wo ist'n der? Habt ihr den da? Kann mir mal einer erzählen wo die Verstärkung bleibt? Was? Ey Leute die kommen hinter euch! Vorwärts! Gehen sie es an! Halt nicht bloß fern von mir! Das zerstören sie nicht! Nicht jetzt! Was? Wie hinter uns? Muni ist auf! Ich stehe schmiere! Die gehen nach oben ne? Ich glaube nicht drauf so! Schnappt ihr den da? Sehr gut! Denken die sich wahrscheinlich auch! Tragbares elektronisches Gerät erkannt! Je mehr von euch Agents auf unserer Seite sind, desto besser! Ja! 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 Hör dich achse! Danke! Ich weiß nicht ob wir das ohne sich machen! Naja ohne mich werdet ihr nicht mal daher, weil ich hab euch ja gerufen! Tja! Die und ihre Einfälle! Lalalalalala! Lalalalalala! Oh da gab es ne Treppe in! So ein Scheiß! Huuuuhh! Huuuuhh! Schaden! Warte mal vergleichen! MP Schaden! Schaden durch kritische Treffer! Fertigkeit Stärke! Supermine! Schaden durch kritische Treffer! 7% ist das! Naja! Chance auf kritische Treffer! Ok! Anklickt! Alpsummit Armament! Verringerung des Cooldowns! Fertigkeit Stärke! Fertigkeit der Drohnenstock! Ja das ist ja zwar mehr ne aber... Was ist das denn das? Schlüssel der Hyänas! Stimmt die kriege ich ja glaube ich jetzt später ne? Ich nehm schon wieder länger auf als sie irgendwo vorhatte! Haha! Sir! Das Betreten ist für Zivilisten verboten! Ich suche meine Frau an! Sie wurde hierhin geordert! Tut mir leid! Das ist eine Quarantänezone! Sie ist Krankenschwester! Kein Patient! Hören Sie! Bis auf weiteres dürfen die Mitarbeiter das Gelände nicht verlassen! Sie können die Leute doch hier nicht einstärmen! Die Mitarbeiter wurden umfassend informiert! So ein Schwachsinn! Sie ist vor drei Tagen zur Arbeit gegangen und sie wollte abends wieder zurückkommen! Geben Sie mir Ihren Namen und ich sehe was ich tun kann! Ich heiße Hayes! Henry Hayes! Hayes! Alles klar! Gehen Sie jetzt nach Hause Mr. Hayes! Es ist hier draußen nicht sicher! Ich hätte die Schicht tauschen sollen! Warte mal! Heißt da der Typ im Ding, Henry Hayes? Unsere Vorräte sind knapp! Wir könnten Ihre Hilfe brauchen! Ein bisschen was spenden hier! Mach mal einfach voll! Schleiß doch drauf! Giftige Gasse! Das Gebäude ist hinüber! Jemand hat das mit einem Sattelschlepper daran! Ähm... Da lang! Jetzt verstricken wir uns wieder zu sehr in diese ganzen Nebenaktivitäten! Dann kommen wir dann mit der Hauptstory nicht weiter! Das Gebäude ist hinüber! Jemand hat es mit einem Sattelschlepper daran! Aber die Hauptstory jetzt anfangen... Habe ich jetzt... Uh, warte, warte, warte da! Kontrollpunkt Outcast! Achso! Das Ende der Welt ist ein Kontrollpunkt! Oh! Das Gebäude ist... Nichts als alte Gemälde und verstaubte Skulpturen! True Sans! Ach, das sind die Symbole von denen! Ich dachte mir schon warum die anders da ausschauen! Ja, 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 ja! Das Gebäude ist hinüber! Jemand hat es mit einem Sattelschlepper gerammt! Wir können nur durch die Geben, mein Gangwein! Propaganda öffentliche Hinrichtung! Ja, laufen wir mal hin, haste! Machen wir mal das Ziel noch und dann... Machen wir mal Schluss hier! Tup, 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 tup! Die kann ich umrennen, oder? Ja! Propaganda ist denn nur... Nein! Boah! Oh, es ist zuhört! Alter! Kein Lebenszeichen bei Agent! Das war ein True Sun, Mann! Bist du wie ein Verarschen? Man läuft so rein und plötzlich steht ein Goldener hinter einem. Oder ein Gelber, nennt's wie wir wollten. WTF, ey! WTF! Hä, da ist ja nichts mehr! Wir müssen nur durch den Nebeneingang rein! Machen wir mal die Propaganda-Sendung. Ich weiß immer noch nie, was das gewesen ist, außer eine fette Straßenschlacht zwischen verschiedenen Fraktionen, aber okay. Ah, das war ein Spezialgegner, oder? Warte mal, wir könnten trotzdem nochmal hingehen. Vielleicht ist der da noch. Weil der könnte eine gute Waffe geben, oder Ausrüstung, oder was weiß ich was für'n Scheiß. Lauf, Bambi, lauf! Lauf! Und, was aber auch nicht. Aber natürlich nicht. Ich weiß nicht, niemand ist das. Nein! Auch okay! Ja! Ok, dann ist das mal. Schade, schade, schade. Na gut, dann lade ich mal einfach die Straße entlang und hole uns das Ding noch. Das möchte ich jetzt noch machen. Stop. Stop and go. Ja gut, nachdem da jetzt ein riesiger Eisträger liegt, ist das mit dem Stopp kein Problem mehr. Wobei er in der Welt sowieso scheinbar mehr fahren kann, sowieso ausschaut. Ja, den habe ich gerade befreit, das ist mir klar. Ja, nee, doch ist schon vorbei. Also, ich glaube, ich bin mit euch fertig geworden. Ist es möglich? Oh, da hinten ist ja auch noch einer. War es das schon? Hm, ich dachte, ich bin schon bei deinem Punkt. Oh, ich dachte, ich kann jetzt umrennen. Hey, eine Katze, die eine Maus gefangen hat und die Maus hat sich gerade aufgehängt. Die Maus hat sich aufgehängt. Bleib mal dabei. Okay, es hat sich aufgelöst. Die spawnen. Zivilisten in Not. Und? 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 Ach, da ist wieder so ein Hörding. So, aus welcher Richtung kommen sie? Ist der da? Kommt eigentlich immer mehr? Oh! Ja, 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 nur die Ruhe, nur die Ruhe. Wo die den Schlüssel immer für den Scheiß her haben. Aus der Typ haben sie doch immer, oder? Au! Oh! Shit! Musik aß esx. Viel Spaß mit meiner Rune. Alter, wie ich halt einfach durchgeschossen habe. Oh, warte, der zerlegt jetzt alles, ne? Ja egal, passt schon. Wir finden einen Haufen neuen Scheiß. Fernsehen wird nicht in Kürze ausgefallen. Was ist denn da drüber? Hallo? Ah, ok. Warte mal, die Hinrichtung ist rum? Oh man. Scheiße, konnte ich die doch nicht mehr retten. Ah, fuck. Ja gut, aber an der Stelle heißt es dann langsam aber sicher für mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von C-Division 2. Und bevor ich jetzt wieder sage, ja jetzt kommen ständig regelmäßig Folgen und sonst irgendwas. Ich bin immer noch am Einstellen. und ich hoffe ich schaffe es regelmäßig zu bringen. Ich habe es auf jeden Fall noch nie beendet. Sagen wir mal so. Wenn ich es jetzt sage, dann läuft es auf jeden Fall weiter. Ich habe es doch eigentlich gar nicht vorzugehen. Einlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Oh, ich dachte jetzt soll der so lila leuchten. Was leuchtet denn da so lila? Hä? Ja, okay. Hast du noch einen Kontrollpunkt? Ich bin hier. Oder ein Hyäna Kontrollpunkt. Warum ist denn da ein Hyäna Kontrollpunkt schon wieder? Naja, ist ja egal. Also, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von C-Division 2. Macht's gut und Servus.